Na ihr Lieben, seid ihr bereit für die volle Dröhnung heute? Übrigens, nicht wundern, wenn ich heute so aussehe, wie ich aussehe. Ich bin gerade eben von der Arbeit gekommen und... Naja, ich seh halt ein bisschen mie aus und... Egal, das ist heute nicht das Thema, denn heute knöpfen wir uns mal einen ganz besonderen Film vor, in dem Drogen, Gewalt, Extremübertreibung und ein Elefant die Rolle spielen. Ja, meine Lieben, heute geht es um Dumbo. Wie gesagt, der Film handelt von einem kleinen Elefanten, der vom Storch zum Zirkus gebracht wird und eine liebe Elefantenmama wartet auf ihn schon sehnsüchtig. Erst die Übertreibung, Kinder werden nicht vom Storch gebracht. Die Mutti ist dann total lieb und fürsorglich für den kleinen Dumbo, aber leider Gottes hat er einfach riesengroße Ohren und wird von allen anderen Elefanten gemobbt, die sowieso so eine extreme Drahtstanten-Elefanten sind. Und Iiii, was ist denn das für einer? shelf всelselselselselselselselselset Ete Petete kennt man bestimmt alles aus der Schule. Was noch seltsamer an diesem Film ist, Dumbo hat riesengroße Ohren und der redet mit einer kleinen Maus. Wie gegensätzlich kann bitteschön ein Film noch sein? Erstens, Elefanten können nicht fliegen, weil in diesem Film wird gezeigt, dass Dumbo mit seinen fetten Ohren fliegen kann. Flapflapflap, der fliegt dann einfach davon, wusch! 2. Elefanten sind zu fett, um zu fliegen Das ist übrigens ein ergänzender Grund zu Punkt 1 Die können ihren fetten Arsch einfach nicht in Luft kriegen, das geht nicht Wie dem auch sei und zu guter Letzt 3. Elefanten haben fucking Angst vor Mäusen Zumindest wird das immer erzählt Aber dann gibt's da ja noch die rosa Elefanten 3. Elefanten 4. Elefanten Geradeamben Looking Look out, look out pink elephants on parade Here they're come hippity hop hac gee They're here, and there Pink elephants everywhere Look out, look out, they're walking around the bed, on their head, clippity cloppity, arrayed, in brain, think elephants on parade, what'll I do, what'll I do, what an unusual view, I could stand a sight of worms, and look at microscopic germs, my technical apache germs, it's really too much for me, I am not the type of fame, when things are art and things are great, but seeing things you know they ain't, but certainly gave you an offer right, what a sign, chase them away, chase them away, I'm afraid, need your aid, elephants on parade.